ihr lieben hallo herzlichen glückwunsch wollte ich sagen herzlich willkommen zu meinem neuen video und zwar sind wir hier in einem schönen ort und machen gleich ein live haul von action also es gibt gleich action live voll schön dass du eingeschaltet hast und bleib bis zum ende dann so guck mal was ist das so brause so ich habe die 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 Vielen Dank. Flaschen, Glasflaschen, okay, dann gehen wir mal, hier ist alles zum Grillen, Grillen, da ist alles, meine Mädels sind da, Werkzeug brauchen wir nicht, ah, wie schön, wo ist das schön, ich nehme mir den, guck mal Leonie, Leonie, schön unbedingt, guck mal, Hase, schön gell, hier sind so kleine LED-Lichter, ich weiß nicht, brauchst du, aber hier gibt es auch bestimmt, oh, guck mal, wie schön, das ist auch süß zum Dekorieren, ja, ich lauf auch ein bisschen rum, Strandtuch, was ist das, Luftmatratze, oh, aufblasbare Skizzen, 1,49 nur, Luftmatratze, das ist eine schöne Tischdecke mit Spitze, ist auch voll günstig, 3,99, so ein Schaukelwessel ist kohlen, 1995, so, was ist das im Kissen, Paw Patrol, Decke, hm, Schuhe, Schuhe, Schlappen, ich suche Struffhosen, brauche ich, auch mal, irgendwie, auch mal, das ist ein Schlapphosen, auch mal, Was ist das? Weiß nicht, was ich nehmen soll. Für den kleinen Mann. So kleine Püppchen, 1,29. Oh, hier gibt es was Neues. Wow. Ein Bus? Das wird cool. Nimm ich 1,3. Ich muss mal meine Mädels rufen. Ich kann nicht mehr hier irgendwas einpacken. Dino. Das könnte ich doch nehmen für den Maxim. Hier muss ich gleich nochmal kommen. Ich glaube ich schaffe das nicht hier zu tragen jetzt. So Bauklotze. Mit dem Kohl. Ich glaube wir nehmen Bauklotze. Was es das alles nicht gibt. Schon verrückt. Oh, so eine Rutsche. 19, 90. Ja, klar, ne Rutsche. Ja, klar, ne Rutsche. Ja, klar, ne Rutsche. Ja, klar, ne Rutsche. Ja, kommt her, ich muss ablegen Sachen hier. Das ist schon viel coole Sachen hier. Das ist zum Baden. Der ist hin. Ich habe mir eigentlich eine Brille gekauft. Ich hole ihm noch eine. Fals Eimer. Das ist ja praktisch. Gibt das Häschen? Gibt das Häschen, so süß. Wie geil ist das denn? So ein Stuhl. Was kosten die? Kinderklappstuhl 6,95 Euro. Das ist cool. Das sieht sehr süß aus. Ja, ich schon. Oh, hier gibt es Geld. Ich fand die nie lecker. Die waren nie lecker tatsächlich. Ja, da hast du recht. Mauerarm. Das ist voll süß. Mauerarm. Vielleicht da vorne können wir gucken. Hasen oder sowas. Ich kann mich für eigentlich einen großen Überraschungseiter herstellen. Diese großen. Ein Ü-Ei. Ja. Rosenwasser holen. Ja. Zwei Stück. Oder halb das bei dir. Oder halb das bei dir. Das sieht gut aus. Der riecht auch gut. Guck mal, diese hier riecht gut. Ich mag eher Augenpads, aber auch Tuchmasken. Dach. Fuuu. Tuschgess. Tuschgess. Mhm. Mhm. Bad Öl, Alkalyptus. Das sind große Kräide. Mama. Mama. Brauchst du noch eine, Anna? Da. Okay, jetzt gehen wir Richtung Kasse, glaube ich. Ja. Anna ist schon vorgetragen. Badesalz gibt es hier auch. Ja, ich glaube, wir gehen raus. So, ihr Lieben, wir sind jetzt am Ende des Videos und ich wollte mich verabschieden, bedanken fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Ich wünsche euch einen wunderschönen Freitag noch. Bleibt gesund. Alles Liebe, positive Energie. Ja, mir geht es heute auch etwas besser als gestern. Also es geht nochmal ein Stückchen besser und besser. Morgen, äh, Montag, Montag habe ich einen Termin beim Hals und Ohrenarzt direkt früh. Da fahre ich hin und lasse mich nochmal abchecken, weil irgendwie macht mir mein Ohr trotzdem immer noch Sorgen. Ob das jetzt wegen meinem Tinnitus ist oder ob das jetzt keine Ahnung was ist, weiß ich jetzt nicht. Aber, ja, lassen wir das Wochenende abwarten und alles andere. Das Wetter ist richtig schön. Es wird nur gleich gerade grau und ich denke, es wird regnen. Aber dennoch, wir machen alle das Beste draus. Und, ja, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Alles als Liebe. Morgen kommt für euch ein Vlog. Und, ähm, Sonntag wahrscheinlich eher das Aufgebraucht-Video. Also, alles als Liebe. Küsschen an euch. Und bis morgen bis zum nächsten Video.